So, hallo, mein Name ist Hermann Donsbach von der Firma Kopfgrill Skandinavier. Wir sind hier in Stuttgart auf der CMT, führen den Kopfgrill vor und wir haben hier einmal Maultaschen im Speckmantel und einmal einen frischen Flammkuchen mit Speck, Zwiebel, Tomaten und Käse. Den Grill gibt es einmal in der Variante als Holzkohlegrill, mit diesem Stein, Kokosloßschale gepresst, verkohlt und einmal als Gasgrill, wo er dann mit der Kartusche zu betreiben ist oder mit dem Schlauch an der Gasflasche. Weiterhin gibt es Zubehörteile wie den Wok, die Grittel, ganz neu den Pizzastein, die Lochplatte und die Pannen. Das ist ein toller Grill für unterwegs und für auf dem Balkon. Ja, wir haben den auch schon seit Jahren. Das ist super und Sie sind zufrieden? Ja. Alles bestens. Okay? Alles bestens.